Ja, liebe Freunde, danke fürs Einschalten zu EAFC 25. Ich möchte mit euch ein kleines bisschen in den Karrieremodus reinschauen. Es wird kein richtiges Let's Play werden. Ich glaube, dazu fehlt einfach so ein bisschen die Zeit im Moment bei mir. Aber tatsächlich habe ich jetzt mal reingeschaut in den neuen EAFC-Teil und muss ganz ehrlich sagen, dass der Karrieremodus mir in diesem Jahr endlich wieder Spaß macht. Ich habe jetzt noch nicht viel gezockt, aber das, was ich bisher gesehen habe, waren meiner Meinung nach absolut sinnvolle Änderungen, sodass ich dazu gleich mal ein Video machen wollte. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen rein, ohne jetzt groß eine Karriere zu planen, um einfach zu sehen, was denn so die Dinge sind, die sich geändert haben. Und ja, ich möchte noch gar nicht zu viel verraten. Starten wir einfach mal rein. Ich habe hier schon eine Karriere mit dem HSV gestartet und mit Fabregas als Trainer. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal neu rein, damit ihr seht, wie die ganzen Mechaniken so sind. Also, ja, aktuelle Mannschaften habe ich so weiter runtergeladen. Man kann einen neuen Charakter erstellen oder mit echten Manager spielen. Ich starte jetzt mal mit dem echten Manager und gehe hier einfach mal. Es gibt Männer- und Frauenteams. Auch die Frauenteams haben jetzt einen eigenen Karrieremodus. Tatsächlich können wir jetzt einfach nach England gehen und, ja, beispielsweise Ateta übernehmen. Und, ja, das Team Arsenal natürlich jetzt in dem Fall übernehmen. Wir können ein anderes Team für Ateta auswählen oder einen eigenen Verein erstellen. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal irgendwas... Ich habe total Bock auf Napoli. Die sind jetzt nämlich super lizenziert drin. Das heißt, sie haben jetzt auch... Nein! Stadion Olympique? Haben die doch nicht das Stadion? Dann habe ich mich vertan. Okay, großartig. Dann nehmen wir Udinese. Ist jetzt egal in dem Fall. Aber erste coole Änderung in EAFC 25 im Karrieremodus ist, du kannst wahnsinnig viel einstellen. Also da sind neue Einstellungsmöglichkeiten dabei, die das Ganze jetzt, ich sage es mal, zumindest mal ist es möglich, dass man das besser auf das eigene Spiel und die eigenen Vorlieben quasi einstellt. Man kann die Transfers aktivieren. Das ist soweit eh klar. Erst den Transferzeitraum deaktivieren zum Beispiel. Oder man kann sagen, man darf nur Transfers machen oder nur Laien machen. Auch ganz interessant, Transfer-Embargo. Das heißt, ihr könnt euch selbst eins auferlegen für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Was ist da? 14 Saisons sind möglich. Alter Schwede. Okay, das ist natürlich heftig. Wir machen die Transfers einfach an. Interessant ist auch Scouting. Ob du es aktivieren möchtest oder nicht. Das heißt, ob du quasi schon von Anfang an alle Fähigkeiten sehen möchtest oder nicht, nehme ich mal an. Trainingspläne. Mir ging das Training wahnsinnig auf die Eier. Ich muss das jetzt genauso formulieren, wie es ist. Also mich hat es wirklich genervt, weil ich fand die Übungen total cool, aber dass ich das Woche für Woche machen musste und jedes Mal schauen musste, dass die Bissigkeit passt und die Energie passt. Super mühsam. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Würde mich mal interessieren. Kann man jetzt einstellen? Das heißt, feste Rate, die Wiederherstellungsraten für die Bissigkeit und die Energie werden an Nicht-Spieltagen automatisiert. Das ist ganz interessant. Dann die Bissigkeit und Energie bleiben immer bei 100%. Das finde ich persönlich nicht gut, weil dann hast du überhaupt keine Motivation zu rotieren. Feste Rate finde ich aber ganz interessant. Schwierigkeit ist soweit nichts Neues. Finanzspritze auch. Du kannst dir einfach mal eine Milliarde geben. Vorstandserwartungen streng. Sehr schwer. Keine Entlassungen. Das heißt, man kann auch hier großzügig etc. Einiges einstellen. Finde ich ganz nett. Spiel. Soweit nichts Tragisches. Aber da haben wir schon eine neue Einstellung. Man kann jetzt ein Jugendturnier starten. Es gibt den neuen Rush-Modus, der richtig Spaß macht, muss ich sagen. Da spielst du ein paar Minuten hier einfach mal selbst. 10 Minuten sind Standard. Und du übernimmst Jugendspieler. Und je nachdem, wie gut du in diesem Rush-Modus spielst. Das ist 5 gegen 5. Je nachdem, wie gut du spielst, werden sich dann Jugendspieler dann halt auch besser oder schlechter entwickeln. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht draußen, ob sich das irgendwie auswirkt auf die, wenn du simulierst, ob sich das auswirkt auf die Entwicklung oder nicht. Aber das ist ein ganz cooles Feature. Ich zeige euch das gleich dann mal. Jugendprofi-Qualität. Auch ganz interessant. Man kann spielen mit denen, so wie sie aktuell Stärke haben. Das heißt jetzt, als ich den HSV getestet habe, hatten die Stärke 47 bis 50 ungefähr. Ist dann natürlich nicht ganz so schön anzuschauen. Oder man kann so spielen, wie sie quasi vom Potenzial her sind. Auch irgendwie ganz nett. Aber ich nehme mal aktuelle Gesamtstärke. Dann Simulationstyp. Gameplay-Typ klassisch. Es gibt Simulation. Da wirkt sich der Wind aus. Die Wettereffekte wirken sich aus. Man sieht hier, dass das Tempo, das Sprint-Tempo ist runter, wenn man auf Simulation geht. Man kann alles irgendwie da einstellen. Ich gehe mal auf klassisch. Wobei mich Simulation eigentlich interessieren würde. Ein langsameres Spiel erleben ist im Simulationsspiel, das stärker einem Live-Fußballspiel ähnelt. Passt. Bin ich Fan von. Dann Trainingspläne. Feste Rate. Lege fest, wie stark du an den Trainingseinheiten deiner Mannschaft beteiligt sein möchtest. Gar nicht. Das kann im Spiel nicht geändert werden. Die Wetterherstellungsraten für die Bissigkeit und die Energie. Das ist eh das, was wir vorhin schon eingestellt haben. Da gehen wir jetzt einfach mal auf. Ah ja, schaut mal. Da kann man alles nochmal selbst einstellen. Nur automatisiert das Training. Automatisiert die Trainingspläne deiner Mannschaft. Finde ich eigentlich auch nicht so verkehrt. Also ihr seht schon, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Da kann man sich glaube ich wirklich mal spielen, um zu schauen, was dann so am besten ist. Ich würde jetzt einfach mal die Trainingspläne auf feste Rate einstellen. Oder wir sagen ein, aber wir lassen alles automatisiert machen. Da muss ich gar nichts machen. Delegieren ist die Kunst. Das finde ich gut. Das mache ich wie im Football Manager jetzt einfach so. Trainingsübungen schalten wir aus. Auf die Entwicklungsrate, wie gut und wie schnell sie sich entwickeln auf normal. Also da kannst du die Geschwindigkeit einstellen. So weiter gut. Transfers und Scouting. Transfers aktiviert oder nicht. Das haben wir eh schon gesehen. Wie schwierig sind die Transferverhandlungen? Leicht, realistisch, standard. Gehen wir auf realistisch. Transfergespräche auf streng. Scouting. Lege fest, ob du das Scouting in deiner Mannschaftskarriere aktivieren möchtest. Ja. Profisuche. Lege die Möglichkeit fest, um nachher einen Profi zu suchen. Das macht natürlich Sinn. Scouting-Tempo bei Star-Profis. Da würde ich mal sagen sofort, weil ganz ehrlich, ich denke mal, die meisten Scouts, die meisten kennt man natürlich, die meisten Stars. Bei den normalen Profis gehe ich jetzt einfach mal auf normal. Das passt dann. Allgemeine Einstellungen, Vorstandserwartungen, internationale Jobangebote. Nein. Europäische Wettbewerbe. Ja. Finanzspritze und Euro. Also ihr seht schon, meiner Meinung nach, eines der besten Features, dass hier schon mal so viele Einstellungsmöglichkeiten sind. Da könnt ihr wirklich die Dinge jetzt mal wegstreichen, die euch nerven. Apropos Dinge, die wegstreichen, ich habe die Musik deaktivieren müssen, weil sie mir sonst das Lied, äh, das Lied, die Musik, das Video vielleicht sperrt, dementsprechend nicht wundern. Dafür starten wir jetzt gleich eine neue Karriere. Alter, ist das laut. Zumindest bei mir. Ich liebe Italienisch. Ateta bei Udinese, auch schräg. Aber finde ich geil. So. Dann sehen wir, dass das hier jetzt auch ein bisschen neu gestaltet wurde, das Menü. Wir haben recht, das Social Media. Das heißt, wir haben jetzt hier mal unsere Accounts. Es gibt auch Fabrizio Romano, der Transfer-News postet und so weiter. Man muss Aufgaben erfüllen. In den nächsten 19 Tagen haben wir dann unsere Saisonvorbereitung, unser Turnier. Trainingspläne, wenn ich da jetzt auf Aufrufen gehe, müsste jetzt eigentlich alles automatisiert sein. Ah ja, ich stelle jetzt nur ein, worauf. Ah, das ist gar nicht so blöd, Leute. Fokus auf Leistung, starker Fokus auf Energie. Das könnte man dann umbauen. Zum Beispiel in englischen Wochen, dass man stark den Fokus auf Energie stellt. Jetzt in dem Fall mal auf Leistung. Grenzwert ist aktiv, wenn die Bissigkeit niedriger ist. Ah, das ist ja cool. Fokus auf Energie, wenn die Bissigkeit niedriger als 70 ist. Fokus auf, also starker Fokus. Das ist ja eigentlich noch krasser, oder? Müssen wir so machen. So, starker Fokus auf Leistung, wenn sie da gibt es eigentlich keinen Sinn, oder? Egal, ich lasse das jetzt mal so. Aber wenn da automatisierte Trainingspläne festgelegt ist, werden zuvor festgelegte manuelle Trainingspläne überschrieben. Ja, passt. Damit muss ich mich um das schon mal nicht kümmern. Sehr angenehm. Aufgabe gemeistert. Also ihr seht eben, das ist so schon mal ein bisschen anders. Vorstandsziele, schauen wir uns mal an. Nachwuchsentwicklung. Ja, das ist eigentlich alles relativ ähnlich. Das kennen wir natürlich schon. Scouting-Aufträge prüfen. Auch das kennen wir soweit. Die Scouts sind in England, Deutschland und Oh, da ist der San Marino. Das ist auch cool. Unterwegs. Da haben wir jetzt mal nichts eingestellt. Dann haben wir Scout-Berichte. Da werden uns gleich mal einige Spiele empfohlen. Das ist soweit jetzt auch nichts super Neues. Sebastiano Esposito, den kennen wir noch aus unserem Football-Manager. Let's Play. Ja, sieht alles vielleicht ein bisschen besser aus. Ist jetzt aber nichts aufregendes Neues. Jugendturnier hat begonnen. Das wird jetzt gleich interessant. Aber schauen wir uns kurz noch die E-Mails an. Jugendakademie-Bericht. Gut, diese Dinge. Da sehen wir noch die Vorstandsziele. Die haben wir uns eigentlich auch schon angeschaut. Und das Scout möchte sich noch vorstellen. Also das haben wir eigentlich auch schon angeschaut. Dementsprechend können wir das alles mal ignorieren. Geht einfach eure E-Mails am Anfang durch. Dann ist alles soweit safe. So, Jugendturnier hat begonnen. Das ist wie gesagt dieser neue Rush-Modus. Der hat mich auch ein bisschen überrushed, muss ich sagen. Entschuldigung. Aber ist echt ganz cool. Also man hat jetzt hier ein paar Jugendspieler zur Auswahl. Das sind jetzt im Endeffekt nicht viele. Die paar hier. Man kann Torhüter auswechseln. Gregersen und Esposito haben wir im Tor. Da sehen wir, Esposito wäre ein bisschen größer. Die schauen jetzt auch wirklich jünger und wie Jugendliche halt einfach aus. Das ist nicht mehr so super unrealistisch. Finde ich ganz cool. So, Trikots können wir noch ändern. Und jetzt spielen wir im Jugendturnier gegen Lazio in dem Fall. Oder Lazium, weil die keine Lizenzen haben. Und das ist jetzt dieser Rush-Modus. Der läuft jetzt am Trainingsgelände ab. Und ist halt quasi irgendwie so von der Grundidee her wie ein Jugendturnier. Boah, ist das langsam. Okay, das ist jetzt wirklich der Realismus-Modus. Ist wirklich extrem langsam. Also es ist ähnlich wie im Eishockey. Die Upside gibt es nur im dritten Drittel, also im Angriffs-Drittel. Und ja, im Endeffekt kennt man das Konzept natürlich jetzt aus modernen Fußballkonzepten wie der Baller League zum Beispiel. Die, ja, natürlich auch immer beliebter wird. Ich weiß nicht, ob ihr selbst die Baller League verfolgt. Jetzt haben wir die erste quasi große Chance. Boah, der Abschluss war schlecht. Aber so läuft es im Endeffekt ab. Also wir spielen jetzt das erste Turnier einfach mal so ein bisschen durch, weil es Spaß macht. Tatsächlich spiele ich ja langsamer. Aber das ist jetzt natürlich auch dieser Realismus-Modus. Tatsächlich bin ich Fan davon. Ob es jetzt wirklich so viel realistischer ist, weiß ich nicht. Jetzt kommt es mir schon sehr langsam vor. Aber wahrscheinlich schon. Im Endeffekt sind ja nur die Sprint-Geschwindigkeiten ein bisschen langsamer. Der Rest ist ja von den Reitern ja gleich aufgedreht gewesen. Also der Rest sollte egal sein. Also wir kommen irgendwie gar nicht in die Zweikämpfe hier. Mal hoffen, dass die irgendwie den Ball verlieren. Ja, da haben wir den Ballverlust schon. Aber alles eben ein bisschen träge. So. Ah, der ist drin. Da ist die Führung für uns. Und ja, von der Stimmung her ist jetzt alles natürlich hier nicht der Burner. Nur einfach ein Jugendturnier. Mal, dass es zumindest so jubelnde Eltern oder sowas wäre irgendwie auch ganz nett gewesen wäre. Das ist einfach ein bisschen Publikum-Master. Okay. Ich schaue jetzt einfach mal kurz, dass wir das Spiel simulieren. Aufgeben. Ah, okay. 0 zu 3 Niederlage. Jetzt natürlich kein optimaler Einstieg hier in dieses ganze Turniergeschehen. Aber gut, so weit, so gut. Mehr habe ich mir jetzt, um ehrlich zu sein, noch gar nicht angeschaut. Nur ein bisschen was gelesen. Also ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal wegen einer Taktik-Voreinstellung. Da sehen wir auch, wie diese Voreinstellungen sich auf die Werte auswirken und auf den jeweiligen Profit. Das finde ich auch ganz interessant. So, taktisches Konzept. Da brauchst du jetzt auch wieder Coaches. Das war im letzten Jahr auch neu. Wir haben hier eine Dreier- bzw. Fünferkette. Die kann man auch relativ flexibel einstellen. Das heißt, dass man es vielleicht so macht, dass man in der Defensive, wenn man in Führung ist und eine Führung verteidigen möchte, dass man dann wirklich mit Fünferkette spielt. Ein 5-4-1 zum Beispiel könnte man machen. Ich finde Flügelspiel an und für sich gar nicht verkehrt. Tiki-Taka-Gegenpressing. Gegenpressing würde ich eigentlich nicht machen. Konter finde ich auch gar nicht so blöd bei dieser Taktik. Aber sonst machen wir mal Tiki-Taka. Schauen wir einfach mal. Da sehen wir dann quasi, wie sie es auswirkt. Auf die einzelnen Profis. Tiki-Taka. Auf manche vielleicht nicht ganz so gut. Ja, gut. Schauen wir mal. Ich glaube, ich würde da trotzdem jetzt einfach mal dabei bleiben. Was haben wir da noch? Ersten Coach-Verpflichten. Gut, das machen wir jetzt auch noch. Das mit den Coaches, taktisches Wissen, Zahl der Coaches und die Coach-Entwicklung, die sorgt dann eben dafür, dass sich die Profis schneller weiterentwickeln, weiter verbessern. Wir sehen hier ein Wochenbudget und sehen auch, wie gut die soweit sind. Jetzt eben die Frage, ob wir Wissenexperte, da können wir dann die besten Coaches eben holen. Die sorgen dann eben auch im Idealfall dafür, da müssen wir sie jetzt noch in einen bestimmten Bereich zuordnen. Und der kann bis auf Tor eigentlich alles. Und wirkt sich jetzt eben positiv auf die Mannschaft aus. Also jetzt hier in dem Verlauf Luca. Aber wir werden natürlich schauen, dass wir weitere Coaches verpflichten, damit das Ganze noch besser läuft. Tatsächlich muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee irgendwie ganz nett. Ob das jetzt alles wirklich notwendig war, weiß ich nicht. Also ob es da jetzt wirklich eine Langzeitmotivation gibt oder so, sage ich mal. Aber okay, wir werden jetzt einfach da mal ein paar verpflichten. Die kann man dann eben auch verschieben, je nach Bedarf. Da haben wir zum Beispiel noch einen Mittelfeldcoach. Ideal wären 16 Punkte. Das kriegen wir hier jetzt zum Beispiel nicht zusammen. Da sind wir im Endeffekt, hier kann ich sowas sortieren. Ah, hier kann ich sortieren. Okay, passt. Dann wären wir mal, ich nehme mal den. Der ist ein bisschen günstiger dafür, ist ja eben wirklich nur dafür gedacht. Da sind wir bei 11 von 16. So. Mir eigentlich jetzt mal egal. Also da muss man sich am Anfang halt jetzt einmal durcharbeiten quasi. Ich möchte gerade werden entlassen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich wäre ein guter Chef. Habe ich da gerade jemanden entlassen. Großartig. So. Den nehmen wir auch noch. Und dann nehmen wir auch noch einen auf. So, dann nehmen wir noch Torhüter. Und dann. Ah. Sorge für freie Plätze. Ich habe das Budget anscheinend schon ausgereizt. Das heißt, jetzt haben wir keinen Torhüter-Trainer. Und auch keinen, der es so wirklich kann. Ja. Boah, blöd gelaufen. Also müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir im Endeffekt so offensiv und gut spielen, dass wir die Torhüter gar nicht brauchen. Aber das ist soweit einmal die taktische Voreinstellung. Da sehen wir eben die Trainer dazu. Und dann kann man halt ins Teammanagement gehen. Da hat man diesen Spagat zwischen Bissigkeit und Fitness und Moral eben. Das ist das, was wir eh schon öfter gesehen haben. Ja, und hier gibt es jetzt Taktiken. Aktive Taktik. Wähle aus, welche deiner fünf Taktiken du im nächsten Spiel einsetzen möchtest. Fünf finde ich was ein bisschen krass, aber okay. Erste kompletten. Erstelle komplette neue Taktiken oder importiere Taktiken über Codes befreundeter Personen oder der Community. Finde ich sehr geil. Taktiken verwalten, bearbeite und speichere deine Taktiken. Und da sind wir jetzt so richtig schön im FM. Also da könnte man sich als FM-Zocker schon gleich mal wohlfühlen. Denn man hat hier Spielerrollen, die einfach so richtig gut in den FM passen. Also wir sehen hier eben Box-to-Box-Spieler. Wir sehen tiefstehende Mittelfeldspieler. Das wird eben ein vielleicht zurückgezogener, vielleicht ein zentraler Mittelfeldspieler verteidigen. Vielleicht kann es sogar in die Richtung tiefer Sechser gehen. Finde ich ganz nett. Können wir mal kurz reinschauen. Sieh dir deine Taktiken an, wie sie funktioniert, wenn deine Mannschaft den Ball hat oder wenn sie nicht den Ball hat. Passe deine Taktik mit dynamischem Feedback an. Richtig geil. Deswegen muss ich eben sagen, macht es in diesem Jahr schon mal einiges mehr Bock. Also das ist die Ursprungsvariante. Bleiben wir mal kurz dabei. Spielaufbau, kurze Pässe, defensiver Ansatz, Balance. Ist für mich okay. Die Rollen wären jetzt aber interessant. Das ist eben das, was jetzt FIFA oder EAFC anscheinend auch vom FM so ein bisschen geklaut hat. Das heißt, wir können jetzt eben schauen, wie wir ihn spielen. Falsche 9, Knipser, Stoßstürmer. Anspielstation, das ist der Zielspieler. Das heißt, wir haben halt jetzt nicht so viele Rollen wie im FM. Aber das ist halt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Man muss dann halt auch schauen, wie gut sich das Ganze verhält. Aber man sieht unten zum Beispiel auch, Team kommt kaum ins Schwitzen. Gute Rollenkreativität, gute Optionen auf außen. Und Ballbesitz abhängig, Abwehr ist schnell überfordert, vorsichtiger Ansatz. Das sind die Nachteile. Mit Ball sieht das Ganze so aus, dass eben Brenner auf den Flügel rausgeht. Und da sehen wir schon, okay, die werden sich eigentlich so ein bisschen auf den Füßen stehen. Genauso wie Thauvin und Luca ebenso. Das heißt, das ist eigentlich alles andere als optimal, finde ich. Das heißt, da müsste man dann auch schauen, dass man sich das Ganze eben so ein bisschen, das wollte ich nicht, dass man sich das Ganze eben auch noch so ein bisschen zu Gemüte führt. Werde ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil es jetzt meiner Meinung nach nicht notwendig ist. Es wird ja kein richtiges Let's Play hier, sondern ich zeige euch einfach mal, was sich so getan hat. Gut, Scout-Bericht, das ist eh nichts Neues soweit. Zentrale und Transferverlauf auch nicht. Man kann die Transferzentrale eben aufrufen. Und da sieht man dann halt einfach Spieler, die man schon vorgemerkt hat. So, wir können jetzt einfach mal schauen, dass wir irgendjemanden suchen. Wer sucht man? Können wir uns Esposito anschauen? Jetzt zum Beispiel, das ist, also den Jungen, den habe ich jetzt gerade zu Roma im Football Manager Let's Play gekauft. Sebastiano dürfte für uns etwas leistbarer sein. Dann können wir mal kurz schauen, dass wir den scouten. Ach, der ist gerade verliehen an Empoli. Okay, das ist blöd. Dann wird uns das nicht viel bringen. Ah ja, machen wir es mal anders. Damit wir vielleicht das, nehmen wir einfach irgendeinen freien Spieler. Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt kommt, um ehrlich zu sein. Aber wir können mal schauen. Kommand, der Rumäne, sehr interessant. Jose Lu wäre dabei. Bei den Stürmern, Pierisic wäre dabei. Okay, das ist schon geil eigentlich. Mittelfeld. Schauen wir mal. Das sind natürlich auch so ein paar ganz interessante Rabiot. Der hat da zu dem Zeitpunkt natürlich noch nirgends unterschrieben. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Den werden wir gleich mal versuchen zu bekommen. Das wäre wirklich der Wahnsinn. Zwischen 33.500 und 53.000. Also den würde ich aber auch holen fahren. Da würde ich zum Flughafen fahren. Schlüsselspieler natürlich, klar. Da sitzt er schon mit seiner Beraterin. Zwei Jahre ist okay. Beigabe, so mehr brauchen wir keine. Und Verhandlungen sehen wir. Also hat sich nichts geändert im Vergleich zu den letzten. Von diesen ganzen Cutscenes sieht man sich so ein bisschen satt. Also das hat man innerhalb von zwei Spielstunden wahrscheinlich alles schon gesehen. Auch hier das Ankommen im Trainingsgelände. Das ist alles immer das Gleiche. Da hätte ich mir ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen Abwechslung gewünscht. Aber gut. Ist halt so. Dafür haben wir jetzt gerade Rabiot verpflichtet. Das ist schon verdammt cool. Also da wird auch über den Controller gefeiert. Und neuer Starspieler. Das ist natürlich richtig fein. Gut soweit. Das macht Spaß. Also werden wir nur mal schauen, dass wir ein bisschen vorankommen. Ich möchte vielleicht jetzt einfach mal. So, das haben wir. Einfach mal weiterkommen. Neue Nachricht von Tauvin. Freut mich extrem. Gehe jetzt einfach mal voran, dass wir zum nächsten Spiel kommen. Rechts haben wir Fabrizio Romano. Dortmund ist interessiert an Kyle Walker. Finde ich irgendwie cool, dass der drin ist, dass sie das gemacht haben. Romano hat ja doch in den letzten paar Jahren in den Transferphasen unfassbare Beliebtheit erlangt. Für Sandy Lovridge erhaltenes Angebot. So, ich will jetzt endlich mal spielen. So, da können wir uns aussuchen, welche Trophy. Da haben wir einer mit einigen deutschen Clubs. Bochum, Heidenheim, Augsburg dabei. Da haben wir zwei englische dabei. Und da haben wir auch einige deutsche. Das ist anscheinend eben das lukrativste. Allerdings auch mit den stärksten Gegnern. Aber das nehmen wir jetzt auf jeden Fall trotzdem. Beim Spiel selbst gibt es dann auch gleich was richtig cooles. Aber geht es einfach mal auf weiter. Ignorieren mal die E-Mails. Aufgabe abgelaufen. Einfach bei vielen E-Mails auch im Berufsleben merkt euch das. Einfach mal abwarten mit dem Zurückschreiben. Oftmals erledigen sich Dinge von selbst. Habe ich nie gesagt. Aber ja. Gut, wir gehen auf den Spieltag. Ich möchte endlich 3D-Spiele machen. Also, das Coole ist, das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Aber man kann sich 5 Taktiken gleichzeitig abspeichern. Und man kann während dem Spielen diese 5 Taktiken durchwählen. Das gab es in abgeänderter Form ja vorhin schon. In den alten Parts. Und rechts unten für vollständiges Intro abspielen. Neue Kommentatoren. Die man auch gut kennen könnte. Namen habe ich jetzt vergessen. Aber natürlich. Zwei sehr bekannte Namen. Ich mache es euch ein bisschen lauter. Okay, während ich zocke, mache ich es euch mal leiser. Von der Atmosphäre her sieht alles gleich cool aus. Links oben bin ich übrigens gesessen. Bei meiner letzten Fußballreise nach Madrid. Da habe ich euch eh ein schönes Video gemacht. Real gegen Mallorca im Dezember. Ne, ja. Jänner? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann das genau war. So. Schauen wir mal, ob wir da vorbeikommen. Ah, verdammt. Zu weit vorgelegt. Jetzt haben wir das vollständige Intro erst nicht gesehen. Weil ich es glaube ich übersprungen habe. Aber tatsächlich ist es jetzt so. Die haben ja auch viel Kritik bekommen dafür, dass sie das alte Intro entfernt haben. Und das ist jetzt endlich auch wieder neu dabei. Was ich halt schon ganz nett finde. Ja, vom Spiel her hat sich nicht so viel getan. Aber ich finde auch, dass es im letzten Jahr schon Spaß gemacht hat. Der neue Trainer Salé wird das erste Mal beim neuen Klub auf der Bankplatz sind. Und wir wissen alle, Schmizo, um die Wichtigkeit des ersten Eindrucks. Und man stellt sich die Frage, wie viel passt schon zusammen, wie viel von Sachen gehen. Jetzt haben wir Ezebue. Der ist halt jetzt alleine auf weiter Flur. Wenige Unterstützung im Zentrum. Jetzt wäre mal vielleicht die Möglichkeit für die Flanke. Aber gut. Schwierig. Ah. Das ist ein bisschen komisch ausgesehen gerade. Ja. Juan Cruz. Das ist auch einer unserer Ex-Spieler im Football Manager. Aber gut. So viele Jahre, wie ich schon spiele. So. Riesenchance. Gut. Da ist die Führung. 14. Minute. Und das sieht schon irgendwie ganz nett aus, finde ich. Da hat sich von den Animationen her und so schon ein bisschen was getan. Spiel wirkt generell. Wenn man sieht jetzt zum Beispiel, Leute gehen die Treppen rauf und runter. Das sieht jetzt alles so ein bisschen authentisch aus. Da war jetzt nicht... Ich finde ja auch beim 3D-Spiel war jetzt nicht super viel zu machen. Also da haben sie schon an den richtigen Schrauben gedreht. Aber gut, Leute. Ich will euch jetzt hier eigentlich gar nicht langweilen damit. Ich wollte euch einfach mal einen kurzen Einblick geben in so meine ersten Eindrücke. Mich würde sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Wie es euch so geht mit dem Karrieremodus. Offiziell erscheinen tut das Spiel ja am 27. glaube ich. Ihr könnt es auf jeden Fall früher schon spielen mit EA Play. Das habe ich abgeschlossen. Dann kann man reinschauen. Habe mittlerweile aber auch den Key schon wieder zugeschickt bekommen von EA. Das sage ich vielleicht jetzt auch nochmal kurz dazu. Also dementsprechend habe ich einen Euro verschenkt. Liebe Grüße zu EA. Ich werde in dem Jahr wieder mehr Spaß dabei haben. Also die letzten Jahre habe ich ehrlich gesagt nicht lange gespielt. Mich hat es nicht sonderlich gecatcht. Ich finde die Möglichkeiten gut. Es ist jetzt zumindest die Möglichkeit da, dass ich diese Dinge, die mich nerven, abschalten kann. Deswegen glaube ich, dass ich mich jetzt in dem Jahr wieder ein bisschen mehr damit befassen werde. Viel wird auch davon abhängen, wie sehr mich das 3D-Spiel catcht. Und ja, ob mich das dann einfach mit der Zeit dann frustriert oder nicht. Aber das waren so meine Eindrücke. Ja, ich hoffe euch hat es gefallen, dass ich euch ein bisschen was gezeigt habe, was so mir aufgefallen ist jetzt bei meinem ersten Einschauen. Und jetzt freue ich mich natürlich auf eure Meinungen. Und ja, bin dann gespannt, was ihr so zum Spiel sagt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim Football Manager dann wieder. Bis bald. Danke. Ciao. Bis bald.